Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen aber rein Leute. XRP heute so bei 84 Cent. Ich glaube es hat sich natürlich gar nichts getan seit dem Preis von gestern. Also ja, auf jeden Fall sehr sehr wertstabil muss man sagen. XRP Stablecoin Nummer 1 hier im Markt. Bitcoin bei 46.000, also eigentlich auch genauso gleich. Ziemlich nice, dass da gerade so wenig passiert. Also ist nicht nice, aber ist natürlich so eine Konsolidierungsphase. Deswegen, ich bin eigentlich immer positiv gestimmt. Pancake hier anscheinend sehr großer Gewinner gerade. 9% ist keine kleine Summe, gerade in einem Tag nur. Von daher bleiben wir mal gespannt, wo das Ganze hier weitergeht. Bevor wir in das Video rein starten Leute, wir haben eine Krypto Masterclass erstellt. Da geht es einfach darum, um mit euch so ein bisschen zu gucken, wie man am besten finanzielle Freiheit erreichen kann. In Bezug auch auf so neue Projekte, Private Sales, Coin Tips gibt es da auch. Also das sind auf jeden Fall echt so ein paar Hidden Gems, würde ich sagen, die man da so finden kann. Der erste Link in der Beschreibung ist der Link für ein kostenloses Erstgespräch. Sollte man auf jeden Fall abchecken. Und dann gucken wir mal zusammen, wie man das Beste rausholen kann aus dem aktuellen Markt. Steckt wirklich viel Arbeit drin, von daher vielen, vielen Dank. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Artikel für heute kommt von Bitcoin Echo. Geht nicht nur um XRP, sondern generell um den Kryptomarkt. Und zwar geht es um eine Phishing Attack bei Treasure. Treasure ist ja auch ein Hardware-Hersteller, also eine Hardware-Wallet, die man so auch haben kann, wie zum Beispiel Ledger oder so. Und die wurden da so ein bisschen gehackt jetzt und es wurden Mails rausgeschickt. Also die haben ja so einen Newsletter quasi oder so einen wahrscheinlich auch Kunden-Newsletter oder auch so eine Kundendatenbank mit den E-Mails. Und da wurden quasi Spam-Mails jetzt rausgeschickt, die die Aufforderung beinhalten, dass man seine Seed-Phrases eingeben soll. Also es kommt dann auch wirklich offiziell von Treasure, wo man natürlich aufpassen muss. Also das ist natürlich eine schlimme Sache so in der Form. Wir lesen hier einmal, Kunden von Treasure wurden mit gefälschten E-Mails zur Eingabe ihrer Seed-Phrases aufgefordert. Der Hersteller von Hardware-Wallets führt den Vorfall auf einen Insider im E-Mail-Marketing-Dienst Mailchimp zurück. Also da sozusagen soll es eine Art Breach gegeben haben über irgendjemanden, der da im Marketing sitzt und dann so ein bisschen da, ich sag mal, Böses vorhatte. Ist auf jeden Fall eine schlimme Sache, da sollte man aufpassen. Aber auf der guten Seite ist halt, dass Treasure und Ledger und alle ja eigentlich immer sagen, dass man niemals die Seed-Phrases eintragen sollte, egal wo. Also wirklich niemals irgendwo. Es gibt keinen Grund wirklich. Also wirklich, wirklich. Ihr wisst, was ich meine. Egal, wer euch das sagt, dass man das eintragen soll. Niemals eintragen. Es gibt wirklich keinen Grund. Und deswegen hier hoffe ich mal, dass das nicht allzu viele Leute getan haben. Natürlich kann man da schnell sein Geld verlieren irgendwo. Einmal nur nicht aufgepasst quasi. Denkt sich, oh nee, nicht, dass ich da irgendwas verliere von meinem Geld. Gibt dann das ein, dann verliert man sein Geld zu irgendwelchen Betrügern. Ist natürlich eine schlimme Sache. Und gerade natürlich Treasure sollte da aufpassen, dass sowas nicht passiert. Ich weiß aber auch, dass Ledger das auch schon mal hatte. Ist aber auch schon ein Jahr her. Natürlich gab es damals einen großen Aufschrei mit den Mails und so weiter. Aber ich bin halt der Meinung, dass das Mail, sozusagen diese Mail-Dienste und so weiter, sind ja einfach erstmal ein abgetrenntes System von diesen ganzen, ich sag mal, Seed-Phrases und Hardware-Wallet-Ding. Und zweitens, wie die hier sagen, ist es natürlich viel, viel anfälliger für so Insider-Attacken. Weil, ich sag mal, wenn man diese Mails hat, die sind ja irgendwo im Klartext, sag ich mal, bei denen auf dem Server. Und die kann man ja eben dann zurückverschlüsseln quasi. Und wenn es da jemanden gibt, der da Insider ist und da drin arbeitet und dann einfach sagt, ja, jetzt schreibe ich mal einfach hier ein paar Leute an oder schicke mal ein paar von solchen Scam-Mails raus, so. Da kann man ja nichts gegen machen. Also außer halt bessere Leute einstellen, aber so, da kann man ja nichts technisch gegen machen, wisst ihr. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Deswegen bleibt das safe und ist natürlich nicht gut. Kein gutes Licht auf Treasure, sag ich mal. Aber natürlich muss man sagen, dass Treasure und Ledger aus meiner Sicht trotzdem immer noch die sichersten Hardware-Wallets sind und dass man da eigentlich nichts zu beanstanden hat. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, jetzt kann ich das nicht mehr verwenden, weil die irgendwie unsicher sind oder so. Alles cool. Dann geht es weiter von XX. Da haben wir hier Ripple Blockchain, also die XRP Blockchain und die Federator Sidechain. Sidechain ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Da geht es ja so ein bisschen darum, wie man ganze Lösungen skalieren kann. Denn ihr wisst, wir haben natürlich den XRP Ledger, die Blockchain von XRP quasi. Aber natürlich geht es darum, so, okay, wie kann man das eben so ein bisschen skalieren. Und da gibt es ja Lösungen, dass man quasi Sidechains, also einfach so an die Seite dran packt quasi. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Sidechains, State Channel und so weiter sind definitiv Technologien, die da kommen werden, einfach auf lange Sicht, weil diese Skalierungen das auch voraussetzen oder requieren, dass man da Sidechains anbauen kann. Und deswegen hat man hier einmal ein sehr schönes Schaubild. Geht natürlich schon recht in die Tiefe hier in der Form. Wir haben hier beispielsweise Ripple X und XTC, Ripple X und CBDCs, Ripple Global Payment System Technology. Also das kennt man ja eigentlich. Die haben XRP weiterentwickelt. Und das wurde denen quasi gegeben, haben wir letztes Mal gelernt. Konsensus Protokoll. Also hier wird dann ein Konsens gefunden über die Nodes, die ja im Netzwerk sind. Die quasi einigen sich, welche Transaktionen valide sind und welche nicht. So wie auf der XRP Ledger Blockchain. Und dann kann es hier eben eine Sidechain geben, die ähnliche Dinge macht, aber natürlich hier über einen Federator quasi dann mit der richtigen Chain verbunden ist. Und solche Sidechains kann man in der Theorie dann beliebig oft dran klatschen, aber natürlich in der Praxis gibt es da eben dann noch Limitierungen, die es aktuell zu lösen gilt. Dann geht es wieder von Ripple. Da haben wir hier Asia Pacific, der asiatisch-pazifische Raum, Payments-Sektor in Nummern. 20% von den digitalen Banken weltweit und 83% Smartphone-Nutzungsrate, kann man das so sagen. 2025 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Ding. Natürlich muss man gucken, wie diese Smartphone-Usage da mit rein spielt. Natürlich, man kann Zahlungen über sein Smartphone machen. Und das werden auch mit Sicherheit einige Leute da tun. Aber natürlich wird es interessant, wie diese Leute da ongebordet werden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welchen Standard man da bräuchte. Quasi an, also wie neu das Smartphone sein muss, dass man da auf der Blockchain überhaupt connecten kann. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass es nicht so hoch ist. Aber ich denke auch nicht, dass ich mit meinem Samsung Galaxy 1 da irgendwie noch draufkomme. Naja, muss man mal gucken. Dann geht es wieder von Stonepipes. Da haben wir hier einmal, zwar nicht Fun-Tweet, aber schon ein Ding, das so in die Richtung geht. Und zwar hier, wenn ein Projekt sagt, nein, kein anderes Node-Projekt ist wie unseres. Wir sind hier audited, wir sind KYC, also wir wurden überprüft, wir haben KYC gemacht. Unser Security Pool ist locked, wir sind auf unserer eigenen Chain und so weiter. Und das ist so natürlich jedes Projekt. Und Stonepipes schreibt dann dazu, viele Projekte copy-pasten einfach, also kopieren von anderen Projekten und sagen dann, sie sind wirklich unique. Was macht das Projekt unique, außer, dass es vielleicht ein hohes Return on Investment hat? Und wenn das das Einzige ist, dann ist das definitiv kein guter Coin. Und ja, so kann man es definitiv sehen. Ich finde, ich kann bei jedem positiven oder jedem guten Coin, irgendwie auch zum Beispiel aus den ISO-Normen und so, immer irgendwas Positives finden. Wo ich sage, ey, das macht das so ein bisschen unique oder das macht das zumindest sehr, sehr gut. Weil ich sage mal klar, was ist schon unique im Kryptomarkt? Weil sobald irgendwas Uniques gemacht wird, wird es meistens dann eh kopiert, was ja auch gar nicht schlecht ist, was ja auch nichts Negatives ist. Aber bei vielen Projekten kann man auf jeden Fall viele unique Dinge, also Annähern-unique Dinge finden. Aber gerade sowas wie, dass die Devs KYC sind oder so, ist natürlich aktuell nichts Neues mehr. Das muss man ganz klar sagen. Dann haben wir den Uncle XRP. Wir reden hier von 300 bis 400 Dollar XRP. Macht eure Research. Das ist auf jeden Fall crazy. Also natürlich, jeder würde 300 bis 400 Dollar XRP sehr, sehr gerne nehmen. Gar keine Frage, also da wäre ich mit dabei. Wir haben hier mal diesen großen Tunnel hier. Natürlich muss man sagen, dieser große Tunnel bewahrheitet sich natürlich wirklich nur, wenn wir jetzt hier nochmal so ausbrechen. Dann wäre es auf jeden Fall heavy, heavy. Also wenn wir hier alleine, wenn man das jetzt so sieht, und wir sind hier ungefähr, das ist so Juni. Und wenn wir dann hier sagen, ey, in ein paar Monaten, in zwei, drei Monaten ist man dann hier in Richtung 9 Dollar und dann wieder Pullback auf 4 und dann wieder so auf 20 oder 30. Das ist natürlich übel heftig. Also dann wird es auf jeden Fall auch hier eine dicke Party geben. Kann ich schon mal versprechen hier. Also wenn sich das bewahrheitet, ey, wie geil er das, ne? Seid bereit. Ich bin es auf jeden Fall auch. Aber natürlich nur Financial Advice, ne? Ist natürlich auch alles nur hier Spekulationen, ihr wisst es. Dann geht es weiter von XRP Arcade. Da haben die Jungs von XRP Arcade hier ein paar coole Links zusammengepackt. Und zwar haben wir beispielsweise hier die XRP Charts, XRP Stats, auch eine coole Seite. XRP Ledger Dev Portal. XRP Scan ist ja, um die ganzen Transaktionen zu sehen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Ding. Genauso hier wie bei Bitom kann man das dann auch machen. Und unter anderem ist hier nämlich auch, genau, Fiat League. Die Live Visualisierung von den XRP Transaktionen. Kennt ihr. Nutze ich ja hier auch lange. Und ich finde es einfach eine schöne Grafik, ein schönes Overview hier, ne? Und dann fliegen die XRP immer hier so, da immer so hin und so. Auf jeden Fall cool. Dann geht es weiter von XRP Miescu. Und sie schreibt hier, kann mir jemand erzählen, warum die XRP Halter davon so betroffen sind, dass der Flair Network Launch jetzt delayed wurde? Also, das ist ja wirklich jetzt schon fast ein Jahr später, müssen wir mal sagen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Die Leute verhalten sich so, als wenn sie ihre Familie verkauft hätten, um in Flair Network zu investieren. Oder warten sie einfach nur auf einen freeen AirDrop, auf einen kostenlosen AirDrop. Und da spielt natürlich immer zwei Seiten. Denn auf der einen Seite, wie gesagt, dürfen wir nicht vergessen, dass es ein free Projekt und free Launch quasi für uns ist. Die haben uns, je nachdem wie viele XRP wir damals hatten, quasi das 1 zu 1 versprochen, was man quasi so hat. Und gehen wir einfach mal jetzt von dem Fall aus, dass wir zu dem Zeitpunkt 500 oder vielleicht auch sogar 1000 XRP hatten. Quasi je nachdem, wann man da gekauft hat. Dann hat man natürlich einen sehr, sehr großen Bag schon aus meiner Sicht an beispielsweise Flair. Wenn das live geht, angenommen, es geht mit 2 Dollar live, dann hätte man bei 1000 XRP schon 2000 Dollar von denen bekommen. For free, einfach so. Hätten die einem geschenkt quasi. Das wird über Zeit distributed, also das ist jetzt nicht am Launch Deck da, sondern das wird dann über Monate ausgeschüttet. Aber in Theory erstmal sind es dann ja 2000 Dollar, die man bekommt. Und das ist natürlich krass. Also ich finde da auf jeden Fall fetten Respekt an Flair. Und da bin ich auf jeden Fall kein Hater in der Form. Natürlich muss man sagen, dass viele Leute da irgendwo von betroffen sind. Auch natürlich davon betroffen, wenn die die IOUs zuvor geholt haben. Also die kann man ja schon traden quasi. Dass man das dann beim Launch wird das dann umgeswappt. IOU, also quasi ein Coin, den man dann als Wertschein quasi erhält dann dafür. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch nicht investieren. Und wenn einem das zu heikel ist, dann sollte man das nicht tun. Ist ja auch immer ein Investment, also ein Risikoinvestment. Und dann haben wir Jack the Rippler. 80% von den Zentralbanken sind gerade aktiv dabei, CBDCs zu entdecken. Die meisten von denen sind auf dem XAP Ledger. Nur mal so gesagt. Also hier kann man das nochmal ganz schön sehen. Und diese Grafik finde ich auch echt super. Natürlich geteilt von Ripple, weil die auch ein großes Interesse daran haben, das Ganze zu pushen. Und ja, wie man hier sieht, gerade auch bei uns so in Europa und so. Also kann man auf jeden Fall sehen, Advanced Research Stage. Und gerade hier mit blau, ne, Creating CBDC Prototype. Ist auf jeden Fall echt schon da am Start. Also da wird bald einiges abgehen aus meiner Sicht. Das leint sich gerade alles so ab. Und dann auf einmal bam, bam, bam wird es auf jeden Fall kommen, bin ich der Meinung. Aber ja, zumindest hier auch Early Stage ist auch da hier, ne, gerade USA. Gut, wenn man das glauben möchte. Aber naja, zumindest hier wird es auf jeden Fall einiges aus meiner Sicht geben an Entwicklung. Noch nicht genug mit den Scams. James Rule XRP hat hier auch einmal noch einen Link bekommen von der Webseite, die auch fake ist. Die heißt ripple.com.nl. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Nicht da drauf gehen, nicht da drauf klicken, was auch immer. Das ist ein Scam. Und sie probieren, Ripple zu imitieren, also zu impostenaten. Und dann deine Kryptos zu klauen. Würde Ripple natürlich nicht tun. Also die würden niemals nach Seed Phrases oder irgendwie sowas fragen. Das garantiert nicht. Und deswegen guckt da immer. Und natürlich kann man das schon sehen. Ripple.com.nl. Nein, da sollte man nicht drauf gehen. Ripple würde sowas nicht tun. Dann ist es wieder von Barbe Kax. Da haben wir hier immer 589 Steps Ahead. Da haben wir dann hier Yahoo Finance. Sarah Netburn has ordered that it's in Ripple to come to an agreement regarding the brief schedule. Also die sollen quasi zu einem agreement kommen. Also zu einem Datum, wann das Ganze entschieden werden soll. The date for the filling of the joint proposed schedule ist 22. April. Wow, 22. April ist ja hier quasi das nächste Datum von ihm. Kann man auf jeden Fall sehen. Ich meine, gut, Barbe Kax hat da schon irgendwo einen Punkt. Also wenn man so ein bisschen sich mit Wahrscheinlichkeit auskennt, dann ist das irgendwie schon so ein bisschen krass. Also ich finde schon, dass man da sagen kann, ey, da hat er vielleicht irgendwo einen Case. Natürlich wartet man dann immer auf noch eine Bestätigung, noch eine Bestätigung. Aber ja, 22. April an sich erstmal interessant. Sind wir mal gespannt, ob der da weitere Predictions raushauen kann. Dann geht's weiter von Mr. Pool. Da haben wir dann hier 9, 5, 8. Also natürlich 5, 8, 9. Ist klar. Also 5, 8, 9. Das sind immer schneller. Und ich glaube, da hatten wir damals schon... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also ich mach's mal aus. Nicht, dass jemand hier irgendwie davon krank wird oder so. Ja, ich glaube, da gab's das damals schon irgendwie. Auch vor ein paar Jahren hat er sowas mal gepostet. Und da wurden dann auch irgendwie die Intervalle gemessen, in welchem Abstand dann die Zahlen appearen oder so. Und dann genau, dann geht's nochmal 3, 2, 1 oder so. Ist auf jeden Fall crazy. Kann man bestimmt wieder einiges interpretieren oder rausziehen. Dann haben wir noch Mr. Blockhead mit April 6th. Von Möpel Kribbler. Rakete. What a nice day. Here, what today was a good day. Und dann hier von Christian. All the money I've made with XRP. Also alles Geld, was ich mit XRP gemacht hab, haben mich endlich dazu gebracht, hier diesen tollen Pool und diesen Liegestuhl zu kaufen. Also jetzt kann ich auf meiner Terrasse chillen mit meinem Pool. Joa, das ist natürlich aktuell der Lifestyle auf jeden Fall. Und da warten wir alle drauf, dass es mal ein richtig cooler Pool hier wird. Aber so lange sollte man sich auf jeden Fall in Geduld und natürlich auch so ein bisschen in, ja, nicht Minimalismus, aber ihr wisst, was ich meine, so dieses, dass man weniger konsumiert und so weiter. Nicht, weil man das irgendwie gesagt bekommt, dass man weniger konsumieren sollte, sondern weil man selbst will. Wisst ihr? Und das finde ich auf jeden Fall ist eine wichtige Sache. Und ich hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns so heute. Haut rein. Ciao. Ciao.